Kannst du mir deinen Namen sagen? Nicholas Eastman. Bist du von der Erde? Klar bin ich von der Erde. Ich muss dir etwas mitteilen, was dich verstören wird. Dein Zustand legt den Schluss nahe, dass unsere Informationen leider sehr limitiert sind. Welcher Zustand? In welchem bin ich denn? Wann hast du es zum ersten Mal wahrgenommen? Das Signal. Das ist es. Hey, dear! Du scheinst dir nicht darüber klar zu sein, womit wir es hier zu tun haben. Warum erzählst du es mir nicht? Ich muss mich schützen. Wovor denn? Mit Untertiteln Drug Untertitelung des ZDF, 2020